Dann fragen wir doch mal nach bei unserer Kollegin Katja Möckel im Radio. Erzählt sie gerade davon, dass sie, wie oft man die Bettwäsche wechseln soll. Wie oft wechselst du denn die Bettwäsche, Katja? Also ich behandle das eigentlich gerne einmal im Monat, oder? Einmal im Monat? Aber man sollte das eigentlich so alle ein bis zwei Wochen machen. Wir werden das heute mal... Jetzt wird es peinlich. Wir gehen raus, hört weiter Radio, Freunde. Okay, dann die Autos...